Das Fasnachtsmuseum Narrenschow in Bad Dürrheim dokumentiert, vermittelt und pflegt das immaterielle Kulturerbe schwäbisch-alemannische Fasnacht. Das Fasnachtsmuseum hat sich im Verbundsprojekt Museum 4.0 der Frage gewidmet, wie sich immaterielle Facetten von Bräuchen digital erleben und interaktiv vermitteln lassen. Dies erforscht das Fasnachtsmuseum Narrenschow in verschiedenen Teilprojekten. Ein tolles Dokument zur Geschichte der Fasnacht ist der sogenannte Ambraser Narrenteller von 1528. Im Original befindet er sich in Innsbruck. Wir aber zeigen ihn mit digitaler Technik in einer Form, die die Möglichkeiten des Originals bei weitem überschreitet. Wir erschließen in einem herkömmlichen Film all seine Details in hervorragender Auflösung. Und in einer interaktiven Präsentation ist es sogar möglich, mit den 60 Figuren des Tellers ins Gespräch zu kommen, um ihm so nach und nach seine Geheimnisse zu entlocken. Zum ganzjährigen Erleben von Fasnacht haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche fassnächtliche Brauchveranstaltungen in 360 Grad aufgezeichnet. Diese Filme können Sie im Museum an verschiedenen Stationen in VR-Brillen individuell rezipieren. Unsere 360-Grad-Kuppel auf der Wiese vor dem Museum bietet Besuchergruppen die Möglichkeit, die 360-Grad-Filme gemeinsam anzuschauen. Wie in einem Planetarium. Genießen Sie diese einmalige Form des Eintauchens in die schwäbisch-allemannische Fasnacht. Fasnacht ist auch immer ein Spiel mit den Identitäten. Wenn Sie sich dem digitalen Narrenspiegel nähern, setzt Ihnen dieser wie von Zauberhand eine Maske auf und Sie sehen sich, wie Sie sonst nur von anderen während der Fasnacht gesehen werden können. Der Narrenspiegel hält eine Vielzahl unterschiedlicher Masken der schwäbisch-allemannischen Fasnacht für Sie bereit. Wir haben aber nicht nur das Fasnachtsmuseum in Bad Dürrheim und verschiedene interaktive Installationen ergänzt. Wir haben mit dem virtuellen Fasnachtsmuseum insgesamt eine umfangreiche Erweiterung zum Präsenzmuseum geschaffen, indem wir Ihnen das Thema Fasnacht in 17 kuratierten Modulen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven vorstellen. Regelmäßig wird das virtuelle Fasnachtsmuseum um einen sogenannten Hingucker ergänzt, ein herausragendes Bilddokument, das eine Facette der Fasnacht beleuchtet. Die Mitarbeit und der Austausch im Verbundsprojekt Museum 4.0 war für uns inspirierend und hat uns ermöglicht, das Fasnachtsmuseum in Bad Dürrheim, um zeitgemäße mediale Installationen zu ergänzen, die weit über das hinausgehen, was traditionelle museale Vermittlung bisher prägte. Wir möchten Sie ganz herzlich nach Bad Dürrheim einladen, um Ihnen die Zukunft musealer Vermittlungsformen zu zeigen, wir freuen uns auf Ihren Besuch.